Wir haben in etwa acht Wochen Umbauzeit über die Nachtarbeit diese Lounge jetzt erneuert, den Webraum und sind sehr stolz, dass es gut gelungen ist. Der Grund war, dass sie mittlerweile schon 30 Jahre im Betrieb war, optisch schon ein bisschen überholt und wir haben sie an den Stil unserer benachbarten Business Lounge angepasst und qualitativ ein bisschen gehoben.